Die Verfügbarkeit Ihrer Anlagen und ein reibungsloser Betrieb aller Maschinen ist Ihnen wichtig? Sie wollen Betriebszustände erkennen und in Zukunft frühzeitig darauf reagieren? Mit Igelburgmann Smart Product und unseren modernsten Sensorlösungen können Sie Ihre Dichtung rund um die Uhr überwachen. Der EB Smart Seal Sensor wird einfach in die Rohrleitungssysteme integriert und misst Druck, Temperatur und Vibration. Mit Igelburgmann Smart Product können Sie die Sensordaten Ihrer Gleitringdichtungen überwachen und frühzeitig auf Anomalien reagieren. Registrieren Sie sich jetzt auf myigelburgmann.com oder wenden Sie sich an Ihren Vertriebskontakt bei Igelburgmann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017